Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentar von meinem Kanal. Ja, wir werden jetzt hier Herrschaft auf Raid spielen. In den letzten Tagen war ich irgendwie ziemlich unmotiviert zu zocken, aber... Ja, keine Ahnung. Bei mir ist immer so, wenn ich nicht motiviert bin, dass ich dann richtig schlecht bin. Ich spiele hier übrigens mit meinem Clan-Account. Ich kann euch ja danach dieses Set zeigen, weil jetzt ist schon zu wenig Zeit. 3, 2, 1... So, Herrschaft auf Raid. Ich gehe natürlich auf Nuklear. Das macht irgendwie am meisten Spaß. Auf 100% werde ich hier nicht mehr gehen bei Bodenkrieg, weil dann der Modus ist einfach viel zu belastend. Es laufen nur noch Tryharder rum. Deshalb gehe ich jetzt hier auf Nuklear oder auf eine ganz schick mal schauen. Vielleicht sogar Double Nuklear, aber das denke ich jetzt nicht. Das ist mein erstes Spiel. Ich muss immer... Ich brauche immer ewig, um eingespielt zu sein. Aber mal schauen, vielleicht reiße ich euch hier gleich schon was. So, mit welcher Waffe soll ich spielen? Okay, spielen wir mal mit der Type. So, muss ich erstmal kurz den Gaming-Sound ausmachen. So. So, wahrscheinlich... Ich werde jetzt sowieso voll abkacken, weil ich brauche immer ewig, um eingespielt zu sein. Aber dann seht ihr mal, wie ich so spiele, wenn ich nicht eingespielt bin. Oh, da sind viel zu viele Gegner, Leute. Oh, da... Oh, fuck, Alter. Jetzt stehe ich hier richtig scheiß Position. Oh, schade. Komm, komm. Da ist noch einer. Boah, ich habe so einen Scheiß, Elmingrad. Aber, oh, wie habe ich schon mal? Oh, oh, da kommen richtig viele. Nein. Oh, oh. Weg dort Zielsuche. Alter, Walter. Oh, lauf. MP raushauen. So, mal schauen, was jetzt hier... Nein. Weglaufen, weglaufen. Boah, Bodenkrieg bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Bei mir ist so... Ich habe so viel Multitiem gespielt, ich kann keinen Bodenkrieg mehr spielen, fast. Nein, 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 nein. Jetzt nicht sterben, nicht sterben. Lauf, lauf, lauf. Okay, Glück gehabt, Alter. Oh, wie viele... Die Punkte durchs... Durch den Bildschirm fliegen, Alter. Nein. Ey, Leute. Ey, ich habe die Ska-H gehabt und er schluckt so viel, Mann. Alter, aber es ging eigentlich ganz gut los, die Runde. Mann, ey. Ach, scheiß drauf, wenn es dann auch kein Nuklear wird. Mein Gott, ich kann nicht immer so... Live-Nuklears machen und so, das... Boah, nee, 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 da laufe ich weg. Die werfen halt alle schon wieder Blendgranaten und so weiter. Ich hätte geschützt hier so wie... Kasten. So. Boah, der hat mich fast angeheftet. Kugelsich, Weste, FDW. Der ist da irgendwo. Ach, der kämpft jetzt irgendwo, Alter. Boah, bei... Okay, der eine hat fast alle geholt, bei B. So, holen wir den auch jetzt. Oh, oh, jetzt kommen sie alle. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Type richtig scheiße spiele, gerade mit den Aufsätzen. Ich habe keine Ahnung, was die für Aufsätze ist. Ich habe aber... Ich bräuchte schnelles Magazin oder so. Oder wenigstens Magazinerweiterung. Ich spiele die gerade mit schnell ziehen und Reflex, Alter. Bin ich bekifft, oder was? So solltet ihr lieber auf jeden Fall nicht spielen, die Type, Mann. Unbedingt Magazinerweiterung, weil die schießt auch ziemlich schnell. So, Orbi. Geht eigentlich ganz gut ab, die Runde. Boah, habe ich Glück gehabt, Alter. Okay, EMP raus. Aber wenigstens quitten die Gegner nicht. Das ist schon mal sehr gut. Den haben wir. Den haben wir. Oh, oh, jetzt habe ich keine... Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Oh, meine Nase juckt, Alter. Boah, seht ihr die ganzen roten Pfeile? Richtig krank, Alter. Was, der Orbi ist schon weg? So, Orbi raus. EMP raus. Dröhnchen. Skrupulos habe ich auch schon. Okay, jetzt versuchen wir C einzunehmen. Vielleicht ein Capture Kill oder so. Ah, schade. Okay, jetzt kommen sie wieder. Oh, Alter. Ich bin immer noch nicht eingespielt, aber es läuft trotzdem ziemlich gut, Alter. Okay, jetzt bin ich kurz vor Orbi. Jetzt nicht sterben. Oh, er klaut mir den Kill. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Orbi einsetzen soll bei 30 Sekunden oder soll ich defensiv spielen. Komm, ich spiele mal defensiv, Mann, Alter. Obwohl. Ah, komm, Alter. Wenn ich jetzt den Orbi nicht einsetze, dann sterbe ich bestimmt. Oh, oh. Ich camp einfach. Ich camp, Alter, Leute. Normalerweise rush ich immer. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock zu sterben, Alter. Oh, das ist ja peinlich, Alter. Ja, egal. Ich habe überlebt. Okay, Leute. 27.1. Erste Runde. Oh, Mann, Alter. Wie. Egal. Man muss auch manchmal campen, ne? Ich habe ja keinen gekillt, sozusagen. Chabus wissen, wer der Babu ist. Nein, Spaß. Luke Lopez. M8 ist, finde ich, irgendwie nicht so eine geile Waffe. Die Farmers fand ich viel geiler als Burst-Waffe. Ist eh die beste Waffe, meiner Meinung nach, bei Call of Duty. Okay. Type. Soll ich weiter mit der spielen? Boah. Egal. Ich spiele weiter mit der. Ich wollte jetzt eigentlich auf die einen wechseln, aber damit ich die Nuklear sicher erreiche, sozusagen. Oh, blockier mich nicht, Digga. Alter, Walter. Ich mache hier schon Dauer-Obi fast alleine, Mann. Was? Oh, oh. Viel zu viele Gegner, Alter. Was? Alter. Okay, unnachgiebig habe ich. Lauf. Orbi raus. EMP raus. Boah, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich laufen soll, Mann. Ich habe vor allem gleich keine Muni mehr. Ich glaube, ich spiele auch ohne Plünderer, Mann. Das kann nicht sein. Nein. Oh, fuck, Alter. Okay, den Hammer. Oh, auch die Type, jawoll. Dröhnchen. Okay, kurz vor Nuklear bin ich jetzt. Drei vor Nuklear, Leute. Mein erstes Spiel ohne Witz, Alter. So, jetzt nicht sterben, Alter. Jetzt bin ich nervös, Mann. Oh, ich camp jetzt hier wie so ein Minderwert. So, kurz vor Nuklear. Jetzt bräuchte ich eine C4, Alter. Die würde sowas von scheppern. Boah, Mann, Alter. Boah, ich... Ey, fuck, Mann. Ich muss mich beeilen, Mann. Ich habe keinen Bock. Oh, Nuklear habe ich. Gut. Gut, gut, gut. Jawohl, Leute. Erste Runde und Nuklear, Mann. Das Biest ist back, Mann. Ich habe schon gedacht, ich habe das Zocken verlernt, Mann. Nur weil ich zwei Tage mal keine Double-Nuklear hatte. So. Jawohl. Und auch nicht mit der M94, Mann. Ist mir scheißegal, wenn ich sterbe. Jetzt spiele ich aber mit der einen, weil ich liebe die Waffe einfach so. Ich habe sie schon vermisst, Mann. So. Oder jetzt spiele ich mit der M8. Was ist denn das gerade, was ich habe? Welche Waffe habe ich gerade? Hä? Ach, egal. Spielen wir einfach mit der Waffe weiter. Ich glaube, die Nuklear war jetzt nicht so schnell, aber... Erste Runde. Ich wollte jetzt unbedingt die Nuklear erreichen und einfach ein bisschen defensiver spielen. Aber jetzt rushe ich einfach, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Ist ja egal. Die Nuklear habe ich ja schon. Zwei Minuten habe ich Zeit, um noch eine Nuklear zu machen. Ich glaube... Ach, das schaffe ich, glaube ich, eh nicht. Aber egal. Ich versuche es einfach. Aber die Lobby ist eigentlich sehr gut, Mann. Ich habe die ganzen Tage nicht so eine Lobby gefunden. Und jetzt... Was? Oh Gott. Ich dachte... Ich dachte, so frech kann man doch gar nicht sein und da campen, Mann. Okay, und jetzt... Wupp! Was? Alter, Leute, da waren mindestens... Nein. Ach, scheiße. Jetzt verkacke ich schon wieder, Mann. Egal, das Spiel ist aus. Ich hoffe, euch hat das Live-Kommentar gefallen. Ich zeige euch jetzt noch kurz meine Stats. Werden ja bestimmt einige interessiert sein. Das ist ja jetzt mein Clan-Account. Ich bin jetzt im Impact-Clan. Verlinke ich natürlich wieder in die Beschreibung. Genauso wie meine Facebook-Seite. Für die, die es nicht wissen, ich habe ja eine Facebook-Seite, da poste ich auch immer so die neuesten Sachen, was so ansteht. Ähm, und halt die neuesten Videos, weil YouTube schwackt echt oft der Upload-Feed. 48,3 ist Endscore-Nuklear habe ich erreicht. Was will man mehr? Und... Ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall mal freuen. Und hier zeige ich euch noch kurz meine Stats. 3,97. KD. Jetzt sind es die beste. 755 Punkte pro Minute. Das geht auf jeden Fall klar. Natürlich die meistbenutzte Waffe, die AN-94. Und ja, sonst eigentlich... Was? Eine 7er KD mit der PDW. Ah, okay. 51 Abschluss erst. Na, okay. Das war es dann eigentlich so hier. Nukleartitel habe ich ja jetzt schon. Ähm, wie oft habe ich Nuklearchie erreicht schon? Keine Ahnung, ich glaube... 15 Mal und 20 Mal brutal. Passt eigentlich auf jeden Fall. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Live-Kommentary gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und danke an über 1600 Abonnenten. Richtig, Alter, ohne Scheiß. Danke dafür. Und ihr haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.